Hallo Leute, der L hier mit Datura Teil 3 und ich glaube wir haben immer noch eine Birke hier oberhalb zu finden. Mal schauen. Die Sache ist ja eigentlich nicht so groß, aber trotzdem ist es irgendwie strange aufgebaut. Ist es die hier vielleicht? Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Ich gehe sie mal an. Nein, die hatten wir definitiv schon. Sonst hatten sie mir schon Symbola gezeigt. Vielleicht hinter dem Wagen. Hinter dem Kirmeswagen, dass da noch irgendwas sein könnte. Zumindest ein sehr auffälliger Bum. Ich weiß jetzt gerade nicht, ist das eine Birke? Scheint mir. Wenn denn da war wirklich eine ältere. Jetzt reagiert er. Okay. Das war bloß die falsche Seite. Gut. Dann kriegen wir wieder einen Eintrag auf unserer Karte. Dann schauen wir doch gleich mal, ob da noch irgendwas verzeichnet ist. Was mich irritiert, wir sind nicht verzeichnet. Doch da oben. Okay, ich habe scheinbar hinter der Tür auch noch eine vergessen. Moment. Da kommt mir gerade was. Ein weißer Punkt, ein schwarzer Punkt, ein weißer Punkt. Hier haben wir diese Puppe befreit. Das ist am Wagen gewesen, der weiße Punkt. Da haben wir das Rätsel gemacht, mit dem Brunnen und der Statue haben wir einen weißen Punkt. Und ich glaube, wir hätten den Hund nicht erschlagen sollen. Deswegen gab es da, glaube ich, einen schwarzen. Ah, na gut. Eine Entscheidung, die halt einfach passiert ist, war auch ein bisschen aus dem Reflex raus, gebe ich zu. Aber sie ist halt passiert. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Durch das Zoo komme ich, glaube ich, immer noch nicht durch. Nein. Ich hätte gerne kurz mal die Karte, bitte. Da ist ein Gesicht im Baum eingraviert bei dem unteren weißen Punkt. Okay, schauen wir noch mal. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir nur erschossen wurden, weil wir den Hund getötet haben. So, vielleicht gibt es da wirklich verschiedene Inseln. So, vielleicht gibt es da wirklich verschiedene Inseln. Das ist das Schweinchen mal wieder. Ich weiß gerade nichts anderes, als das für die mal folgen. Hier wird mir nichts mehr angezeigt, also können wir auch... Ah, da ist er. Da ist das Schwein. Ich komme, glaube ich, nicht mehr allzu weit hinterher. Nein. Hier ist Schluss. Da ist nochmal so eine Birke, aber ich glaube, die hatte ich schon. Ja. Aha. Das Gesicht, ja. Okay. Was tun jetzt? Ah. Okay, wir haben da jetzt so eine Maske, so ein Gesicht von dem Bau abgenommen. Was ich gerade irgendwie auch mittelschwer widerlich fand und kriegen jetzt so eine Art Spitzhacke. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist ein Hammer. Okay, und wir kommen wieder in eine andere Sequenz rein. Okay. Ähm. Entschuldigung, wenn ihr in mein Pit klappert, aber ich habe es gerade angeschlossen. Ich bin gerade am Achtenbecken geschubbelt. Nein, 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 nein. Ich wollte doch da diesen... Ich wollte doch gucken, was dieser... Komische Krug da gerade... Ach du Scheiße. Aber das ist ein Hammer. Esaka der Handitspann ist plötzlich in der Sarbe. Wenn wir jetzt deine Nachkohämmel marschilen, weiterhend. Also ganz viele inflationim. Aber das ist für uns im성 Chicken. Oh, da habe ich das Gefühl, dass das keine alte gute Idee ist, was wir hier tun. Aha. Da konnte ich mich noch gar nicht mehr daran erinnern, muss ich zugeben. Irgendwie sind das immer sehr schlechte Entscheidungen, die wir da als Charakter fällen. Also ich habe jetzt ja nicht großartig die Wahl gehabt. Oh, ich weiß es nicht. Au. Jetzt sind wir wieder in unserem Wäldchen. Ah, es zeigt mir jetzt ein bisschen Weg an hier irgendwie. Ich weiß gerade nicht, was ich tue. Ich gehe einfach mal so ein bisschen dem... ...dreieck nach. ...komme ich da rauf. Ich komme da nicht hoch. Ist ja ein bisschen seitlich. Warte, ich gucke mal kurz auf die Karte. Wir haben scheinbar wieder eine schlechte Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich eher dieses Gesicht da frei hacken soll. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben aber vier Entscheidungen getroffen. Irgendwie ist es mir irgendwie gerade im Urin, dass da an der Tür ja vier Steine zum Verschieben waren an dem Turm. Jetzt sind wahrscheinlich einmal das letzte frei geschildet worden. Ja, das sieht gut aus. Das ist die... ...Acht, wenn ich mich nicht täusche. Die römische Acht. Jetzt hätten wir sie auch auf. Und das Tor geht auf. Jawohl. Das ist ein Labbing, das sich verschiebt. Das macht echt gut. Also wirklich, ihr merkt ja das Let's Play. Ich spiele es wirklich anders als meine anderen Geschichten, die ich sonst mache. Ich bin wirklich wesentlich ruhiger. Nicht so aufgedreht. Ich würde hier zum Beispiel auch nicht ragen, wenn sowas passiert, wie das Erschießen oder sowas. Es gehört da zum Spiel dazu. Und das sind halt unsere Entscheidungen und die können in dem Spiel einfach schlicht und ergreifend auch falsch sein. Ah, okay. Hier kommen wir durch. Ah, da geht es weiter zur Mitte. Sehr schön. Scheinen wir doch auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist ja auch bloß so ein kleines Heckenlöbel, und das ist ja jetzt nicht wirklich schlimm. Und hier scheinen wir in der Mitte angekommen zu sein. Und wir haben da eine Kurbel. Mal sehen, was wir da hochziehen. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig war. Ich habe mich halt einfach bloß nach Leibeskräften gewehrt. Und wir kommen wieder in eine Sequenz rein. Und ich gebe zu, ich brauche gerade eine Zigarette zur Begrübung. Ich kann jetzt gerade auch nicht wirklich viel machen. Ein bisschen die Blickrichtung kann ich verändern. Ihr seht die Hand ja, aber... Das ist bis jetzt tatsächlich das Strangeste in dem Spiel. Und auch da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Okay, da bin ich jetzt irgendwo gegengekommen. Und es passiert irgendwas. Ich habe wiederum keine Ahnung, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Das werden wir vielleicht auf der Karte sehen. Schien nicht so gut zu sein. Okay. Gut, Leute. Nach dieser etwas strangeren Erfahrung wieder sehen wir uns aber... Ah, da ist das Tor. Wir gehen noch bis zum Runden. Und dann sage ich ciao bis zum nächsten Mal. Ich bin euer L und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder dabei. Schreibt ruhig fleißig in die Comments, was ihr von dem Spiel haltet. Was ihr meint, die Aussage des Spiels sein zu müssen. Ich kann es euch nämlich nicht sagen. Nein, das war der Rückweg. Verdammt. Okay. Dann sehen wir uns trotzdem beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.